Brot mitgenommen für die Ente So muss was sein hier Ey, wollte grad trinken! Hahaha Ha, kamst du durch die Nase? Nein, ich hab noch nicht getrunken Nach weite Psycho hat grad gesagt Stady hat Brot mitgenommen für die Ente, weil der muss aufs Klo Kann noch was dauern Oh, ich werd schon wieder fies Mach doch nichts, dafür lebe ich dich Ich nö, wieso Ich aber, ich bin dabei Wer kam da? Christy, ein Christy kam da Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ich hab' nur coeur gewonnen 32.000 Dollar gewonnen Mhm In echt wär's cool Das ist in echt Ne Hahaha Nein, Playmobil-Geld, hallo Hallo ja immerhin von echtem Geld jetzt nicht vom Spielgeld ihr warst mir letztens gar zu spielst nicht äh jetzt in echtem Geld ich spiele nicht mit Geld aber meine Frau dann wäre jetzt die Zeit wo ihr aufhören soll zu spielen das war ein Fehler dann hat sie wieder gesetzt und dann verkackt um und diese Türen die uns vor allem so vorgottem alle um ein 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 ich denke ich bin ja auch das ist derzeit nicht ruhig nachdem ich gleich geblendet werden und das ist auch wichtig ich habe mich auch immer in der Lage die Gruppen halten bei der Rolle aber auch da habe ich gedacht ich bin die Rauschkönigin verband doch noch jemand besser als ich die Krise ist aber jetzt unsere neue Rauschkönigin ja voll die Königin immer bitte kurz dahin mit dem Jahr der Kumpel und die Kunst die 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 Tüte an der Tüte auch auch also in der Hälfte sie noch mal Nenny aber nicht reiten meine Frau wird man auch bitte noch mal was er sagt jetzt und geöffnet um und jetzt nicht einmal mit dem Auto und da geht auch mal danke ich habe hier im Grunde und die sind die und städtet ich bin noch ein zweiter als erheblicher an schluss jetzt aber die erhebliche das ist wieder da und egal aber Brot war dabei, das weiß ich, das hab ich genau gesehen Harro, rausziehen mich, sofort Pff, ja Bum, 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 Bum Ab und zu ja Guck mal, Stelle, ich Bendigio ist wieder da, wenn einer irgendwas da Level 구 und Steil jetzt ihn drinnen gelassen Die WC-End hätte sich gefreut Hat der Ende oder Brot geschmeckt? Warte, nicht anders Ente, ente 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 Nein, lange Nein Ruhe doch mal Leute, es geht anders das Ende 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 ganz ganz großes Kino ja also wenn dann richtig Steli jetzt hörte mal auf! Ende 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 Hauptsache 3 über 18-jährige und waren auch so ein Scheiß ne? Ne Ende äh hör mal ich mach jeden Scheiß mit ne? Ich mach fast jeden Scheiß mit, ne? Ich mach fast jeden Scheiß mit, aber nicht jeden! Ich mach jeden Scheiß mit, aber nicht jeden! Wenn ich bis 60, wenn ich bis 65 arbeite, dann kann ich bis 30 auch noch Kind sein Da hast du recht Siehste, manche Welt noch ewig gibt Oh ja, aber du wirst nachher nicht gerne mit meinen Paten-Kinder am Spielplatz Ich setze mich sogar mit denen in den Sand und so und die anderen Eltern, nur bist du doof Ja pass auf, das Problem ist, muss ganz immer die Paten-Kinder von ihr weinen immer, wisst ihr, weil die kriegen die Sand-Spielzeug und die nicht allein, schle juego! Verraschtmig doch nicht! Ist ihr denn auf den Sand auch nicht denn? Du ne ja der ist lecker bei ihr! Den kriegt meine Mutter! Gib Till Dirk Padell! rig. cool wenn sie sonst nicht kriegt aber class prohib Gebegini denn ich bin überhaupt nicht mit der Stinkel ist auch wohl spiele damit weiter machen ich habe ich spiele machen Rauch und sobald nicht gut ach mein Apfel sich meine Lunge freut sich auch wenn die Lungen Gründung und sie ist ein woche ich noch mal jetzt die Prozent er war immer auch damit wo wollte ich mache es sehr lieb der lieb Prozent ich war nicht bei der Anlieferung da der Klinik aber das wird das war das jetzt das muss ich mir noch mal ein Video ansehen dass die nur WTF, was war das? Was ist das, wenn lach ich, Teddy? What the fuck? Ey, das hört sich ja noch schlimmer an, als meine Katze abgereckt ist. Was macht der Kinder? Das ist mir doch ständig. Boah, bist du nett. Du glaubst, ich meine Katze habe mich wieder verschluckt. Ich stehe da oben und auf einmal bin ich da drin. Stelli, Stelli, hör auf, sonst kriegen wir die Reizträume. Ey, holst du Ratessen weg? Versuchst du Ratessen wieder hochzuholen? Darf ich noch aufhauen? Du müsstest mit ins Taste kommen, du wolltest dich nur kaputt machen. Aber die Co. hat sich gerade verschluckt an dem Grashallen. Müh, 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 müh. Das sagt du mein Köter. Na, was? Also, ich hab's auch einen Bahnhof. Ich verstehe gerade kaum noch, was es ist. So lauter drehen die Planen alles für mich wie ein Bahnhof. Doch, die Kusschen. Voll zu laut. Jelly, bist du auch so intelligent und frisst Gras? Oder Blumen? Nein, nein, er ist so intelligent und keulst schon wieder. Der ist so intelligent, wenn der eine Gehirnwindung mehr hätte, wird der auf den Balkon in den Eimer pissen. Jelly, was? Wie haben wir auf diese unmenschlichen Geräusche stinken? Wie machst du das? Ich hab' den Scheiß lachen würde, aber du bist die Krönung, ey, grad ehrlich. Jelly is awesome. Jetzt muss noch atmen können, Jelly, ne? Jelly, stell dich vorhin hin. Jelly, stell dich vorhin hin. Soll ich dir nachts mal Pumpe bringen? Hab ich selber. Jelly? Nein, wenn dann ne Milchpumpe. Ich spiel dir gerade. Nee, die Melkmaschine, hallo! Was spiel dir gerade? Und, die da rein. T-Words. Die da rein. Lass mich nochmal probieren. Morpheus, das spiel dir gerade. Ja, mach. T-Words! Ach, das kommt mit. Ich will auch... Ich will nicht direkt. Ey, der McG ist heute auf den Zünder. Ja, weil du gerade im Weg standst. Ich spiel mit Chief. Ich spiel mit Chief. Ich spiel mit. So, danach ist der Meta. Wieder Dark Soul? Nein. Nein. Was diesmal? Such einfach mal Haru oder so. Was? Einfach mal Haru suchen oder so. Haru. Ich bin kurz AFK, meiner Frau mal schnell Augentropfen reinmachen. Stelli, hoff damit! Wenn's gleich schreit, das ist meine Frau! Alta, Stelli! Du warst nicht zufrieden. Schluss damit! Ja, du mir sagen, Schluss damit! Schnell, Frau Haru kommt, nur kein Server entspricht die Kriterien. Stelli, 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 verdammt nochmal dahin! Nehmen Sie die Folter von meinem Kini! Nicht, ich hab mich! Du liebens! Ich würd mal gerne, dass ein Master abgeht. Das jetzt gerade nicht! Ohne Witz, Mann! Das ist zensiert! Das ist zensiert! Das ist zensiert! Das ist nicht freigegeben, unterfüllend. Du bist nur 26, ne? Ne, 22! Kannst du, darfst du selbst hören! Morpheus! 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 Ich fähre älter aus, als ich eigentlich bin, von daher macht das nix! Ach, war ich Morpheus, ist nämlich jetzt böse! So, ich bin meine halbe Stunde aufs Klo, ne? Also... Na, viel Spaß beim Kacken! Hier sitzt aber schön da, wa? Ja! Sag jetzt nicht, nimmst du ein Laptop mit auf Klo! Ja, ich hab Freunde, die machen das! Sie machen das wirklich! Ich? Nicht! Nicht! Wenn ich immer durch die Gespräche habe oder so, mit meiner Freundin am Schreiben oder so, nehme ich mein Laptop auch mit! Nimm ich sogar mit in die Badewanne! Ja, macht meine Frau auch, deswegen hat er zum Rechner und ein Netbook mittlerweile! Hab ich auch! Ey, wo seid ihr denn? Der Netbook hat ich mir letztes Jahr zu Weihnachten gekauft! Morpheus, wo seid ihr? Haru, drück mal ESC und guck mal nach der IP, bitte! Ja! Ich zieh dich in der Zeit durch! Also...